Musik Hallo liebe Leute und Minecraft-Freunde zu nem neuen The Herobrine! Ja, ich freu mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir spielen heute mal The Herobrine. Ähm, ja. Dann legen wir doch eigentlich gleich mal los. Das ist das erste Mal, dass ich hier The Herobrine spiele. Oh Gott, ich hab Angst. Ich glaub, der kommt. Ich glaub, der kommt. Blockmauer ist nämlich The Herobrine. Also ich bin nicht The Herobrine. Aber ich muss einen Stern finden, der sich hier befinden soll. Wenn ich hier längs geh. Hier soll der Stern zu finden sein von The Herobrine, den wir brauchen, um ihn zu zerstören. Der erste Schad ist gespornt. Und da ist er. Ähm, den haben wir auch gleich eingesammelt. Jetzt versuchen wir ihn nur noch ganz schnell in die Mitte zu tun. Zaubertisch. Ähm, jetzt haben wir ihn eingelöst. Das heißt, Herobrine wird etwas schwächer. Ähm, dieser Herobrine ist wahrscheinlich nicht so gut. Ich hab da sonst immer nur einen Let's Play von GOMMA-HD oder so gesehen. Ja, aber dann hab ich gesehen. Oh, endlich mal The Herobrine auf. Mein PvP-Server und das muss ich mir natürlich reißen. Achtung. Hier ist The Herobrine. Oh, scheiße. Ich renne. Nein. Das war auch schon. Ja, dann, das war es schon mit der ersten Runde Video, Brian. Ich freu mich, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Und hoffentlich sind wir dann hierherobrine. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.